Kurzer Quick-Tipp zum Wochenstart. Ich bin in letzter Zeit oft gefragt worden, wie kann ich den Contact-Player als Multi-Output-Instrument anlegen. Das möchte ich dir ganz kurz zeigen, weil da offensichtlich einige damit Probleme haben. Also ich habe hier schon mal eine Software-Spur geladen oder eine MIDI-Spur geladen und jetzt gehst du einfach hier rein und wir gehen in unseren Contact-Player. Ich habe noch Contact 5 und jetzt musst du hier Multi-Ausgang wählen. Multi-Output, Multi-Ausgang, das ist das gleiche. Ich wähle jetzt einfach mal 16 mal Stereo. Das kannst du nachher auch noch verändern, wenn du möchtest. Und dann lädt er mir den Contact-Player rein. Das wäre Schritt 1. Jetzt kommt Schritt 2 und das ist, wir ziehen uns einfach die Instrumente, die wir hier drin haben wollen, rein in unseren Contact-Player. Ich wähle einfach mal 3 aus, zum Beispiel hier unsere Akustik-Gitarre, unseren Pre-Bass und vielleicht noch Session-Horns. Wenn die Instrumente dann geladen haben, was ein Momentchen dauern kann, dieses Momentchen kann auch länger sein, dann kommen wir zu Schritt Nummer 3 und das ist hier oben. Wir müssen diese Instrumente verschiedenen Outputs zuweisen, zum einen und zum zweiten müssen wir sie auch verschiedenen MIDI-Kanälen zuweisen. Ich lasse hier also Output 1, das ist meine Strummed-Acoustic und ich lasse hier auch MIDI-Output 1 und jetzt gehe ich hier auf Output 2 und das macht er korrespondierend hier auch mit. Und dann gehe ich hier auf Output 3 und auch das macht er korrespondierend mit. Das wäre Schritt Nummer 3. Damit sind wir im Contact-Player auch schon fertig und jetzt müssen wir in Logic und in jeder anderen DAW, ist das so ähnlich, in den Mixer gehen und jetzt siehst du hier in diesem Kanal, wo der Contact 5 drin hängt, ein kleines Plus. Dadurch, dass ich drei Instrumente habe, also meine Strummed-Acoustic ist hier drin und ich habe noch zwei weitere, drücke ich zweimal auf Plus. Und jetzt mache ich hier einen Rechtsklick, wie das in einer anderen DAW geht, musst du rausfinden und jetzt muss ich einfach hier draufklicken. Ich fange mal mit dem an und gehe hier auf Spur erzeugen und du siehst, hier kommt eine neue Spur. Deshalb mache ich mit diesem Kanal hier genauso, Spur erzeugen und das war es im Prinzip schon. Wenn jetzt alles gut funktioniert, dann sollten wir jetzt hier verschiedene Instrumente hören und zwar die drei, die wir hier reingeladen haben. Hier unsere Session-Horns. Das hat funktioniert. Hier unseren Bass. Und hier unsere Strummed-Acoustic. Das hat in dem Fall wunderbar funktioniert. Ich müsste es jetzt nur noch umbenennen und könnte schon loslegen, hier direkt und gleichzeitig Speicherplatz sparen. Das war es. So legst du ein Multi-Output-Instrument in Logic für Native Instruments an, aber ich denke mal, das ist in anderen DAWs ziemlich ähnlich. Ich hoffe, dir hat der Quick-Tipp gefallen. Wenn ja, zeig es mal mit einem Daumen nach oben oder einem netten Kommentar. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.